birage maybe immerhin kommen schon mal alle mit das ist schon mal die halbe miete push 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 down stop genau so viel dazu so guys playtime Ahem. 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 Ketchup. Hey. Äh, stairs. Aber man merkt doch, dass ich schon böslang nicht mehr gespielt habe. also ich weiß nicht mehr wo ich hinschauen muss. Die carryen mich ein bisschen durch die Gegend. Wenn ich die Karte zum einen, nicht die Krachen zu tun kann, sie sind auch noch da, wenn ich den Karte meine Karte entgegen muss, Du bist in seiner Karte. Ich möchte das nur in der Karte abwärts, ich möchte das nicht nur in die Karte, ich möchte nicht nur in der Karte, ich möchte den Karte an einer Karte. Schönen Sie, ich möchte das nicht irgendwie nicht mehr nehmen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, zu spät gesehen. Was macht er denn so lang? Sonst kommen sie gleich von CT und fisten ihn. Ja, es geht, aber sie kommt von CT und fisten ihn. Ja, sie hätte besser sein können. Sie war okay, aber sie hätte besser sein können. Die hätten wir easy holen können. Kommunikation im Team ist auch nicht der Hit, sie reden ein bisschen zu wehre ich. Okay. Okay. Ah, der aufzieht. CT, CT Low, 30 HP. Ja, random ist echt. Da, schau mal, was die machen. Ich meine, ich spiele jetzt auch nicht der Hit, klar, aber... 2-2, ich meine, könnten sie machen, könnten sie machen. Jungle, jungle, jungle. Nimm doch die Acker. Time. 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 Zeit Ich darf mich nicht beschweren, ich bin letzter, aber trotzdem Ah, er hat eine Arbe, dieser Dreckskerl Aber damit hätte ich rechnen müssen Ja, es ist, ähm, ich mag sie auch nicht Es sind halt, ich find's halt einfach auch feige Du stehst halt auf 2000km Entfernung Und snipest halt durch die Gegend Ich bin da auch kein so Fan davon Und ich komm mit der Waffe selber auch nicht klar Ich kann sie nicht spielen, ich bin viel zu langsam mit der Waffe Wobei jetzt meine Mates hier auch nicht Gerade die Geschwindigkeit in Person sind Ich bin da auch nicht 1 und 5 1 und 5 1 und 5 1 und 5 Galil power and let's make a push on a Leute Wallace Palace Ah f**k, 2 Connector, 1 hat an AWP War dämlich da rein zu stürmen, ich hätte einfach abwarten sollen Warum haben sie nicht auf Zeit gespielt? Ah, nice try guys Ja, ich versteh es nicht, das ist dann hauptsache noch ein Kill gemacht, aber die Runde immer verschenkt, wirst? Weil die Runde war eigentlich gut, wir hatten guten Stand Ah, scheiß Flash Stairs Boom No, die sind schon auf basic, das ist halt gar nicht mitbekommen One behind you Ha, that was also more luck than understanding And a little bit Vom CT ist die schwerere Seite nachher zu spielen. So, diesmal pushe ich nichts raus. Sorry, Ghetto. Infos? Ah, CT Guys! Wieder easy, verschenkt die Runde. So, gelb. Schön mit der Bombe auf Mitte, das ist auch nice. Das gibt's doch nicht. Nee, also komm, dem trau ich keinen Zentimeter über den Weg. Mir ist scheißegal. Ich hab das Gefühl. Und meine Jungs am besten auch. Aber wegen dummheit kann man nicht reporten. Schau mal für uns. Jetzt müssen wir etwas machen. Schau mal für uns. Ein connector. Hey, also wenn ihr mich noch kriegt! Ich bin verbrannt, okay. Aber auch okay. Stairs, connector, jungle. Okay, ich kann glaube ich, diese aus dem Video wieder ein neues Let's Fail machen. Ich gehe wieder auf A, mir ist scheißegal. Ich habe das Gefühl, auf A sind wir stärker. Ah, ich habe noch 4 HP. Wie oft hat er mich gefickt? Plan, Poppel, Plan! Und Play on time. Jungle is the last, I think. Yay, wir haben eine Runde geholt, kaum zu fassen. Jo, mich hat's als noch gefickt, 4 HP, so ein Mist. Hallo, beinahe, jemand kommt immer wieder. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Hallo, beinahe, jemand kommt immer wieder. Was machen die dann schon wieder? Ach komm, scheiß drauf. 10,4. Ah, vielleicht können wir noch als CT was holen. Ja, das ist mega fies. Ah, ich mein, hey, mein letztes Video war, was ich hochgeladen hab, eine 16-0-Klatsche, die wir kassiert haben. Ah, das sind auch... Ich bin grad nicht eingerankt, weil ich so lange nicht mehr gespielt hab, das heißt, ich hab keinen Rang mehr, das heißt, ich spiel mit übelst den Ungerankten halt hier auch. Und dementsprechend ähm... S perduzen kann 開心 den Läggen mit Ausüterstücken Als ob, als ob! Diffused, he diffused! Ah, das reicht ihm nicht mehr, glaube ich, oder? Ja, doch, wenn er einen Diffused-Kit hat, er hat einen Diffused-Kit, oh, Mann, ist das mies! Oh, ich dachte, die Runde holen wir noch. Ich gehe B. Ah, du siehst, sie haben dann gegen Ende viel zu hektisch... Okay, ich sage B an, alle laufen auf B. Sie haben viel zu hektisch gespielt am Ende und er wollte halt wieder den Kill noch, anstatt einfach auf Zeit zu gehen. Oh, Leute! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Ah, er ist so ein Feigling, komm, Messer! Ah, er hat mich gekriegt! Schade! Ah, es läuft grad echt mies, echt mies! Ja, ich meine, in so einer Situation kann man dann halt auch mal aufs Knife gehen, weil die Runde war eh verloren. Selbst mit Diffused-Kit hätte ich es ja nicht mehr geschafft. Wenn sie dann mitmachen, ist es nice, aber viele sind dann so feige und ziehen dann die Waffe. Ich bin auch wieder allein auf A. Ah, er hat auf jeden Fall gefressen. It's low, 483. Ja, ich meine, das Spiel können wir vergessen. Hast du auch mal gemerkt, dass sie auf B sind, Blau? Oh, es kommt mal jemand mit auf A. Nice! Ah, die kommen hier wahrscheinlich wieder Mitte. Mitte zu B wahrscheinlich. Ich glaube, die Bombe wird schon fahren. Bombe kommt... Ah, er ist schon wieder geblendet worden. Gut, das war jetzt blöd, dass ich den nicht gesehen habe. Was macht der Blaue? Was macht der Blaue? ... 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 Scheiß drauf, bin gleich wieder da. Jo, du auch, bis denne. Und erhol dich gut, werd wieder gesund, ne? Ja, du bist, du bist, du bist.